Hallo Jetzt bin ich hier bei einem Thema in Dorf Weißen wir uns ein bisschen früher aufsehen Da kommt jetzt nur da unten neben das Aufseiten Was haben wir hier vorher essen? Jetzt gehen wir zum Aufzug Natürlich ein Janshoff Aufzug In Dortmund gibt es sehr sehr viele Janshoff Aufzüge Janshoff gehört zur Corona Gruppe Ich steig mal rein Die zweite Etage ist gesperrt und ist nur mit einem RFID-Chip erreichbar Ich baue jetzt gerade seit 2008 Und so sieht die Kabine aus Und die Etage in der Zeit ist auch gesperrt und ist auch nur sowohl für Personen als auch für Lastenansporte verwendet Ich bin echt nicht sicher Und jetzt noch mal fahren wir noch ein runter mit dem Aufzug. Also ein Peep, der auch so an der Etage hält, oder? Minus 2 geht nicht. Ich denke, wenn die Tasche versinkt, liegt auf Minus 1. Drehzimmer auf Etage 0. Aber hier steigen wir auf. Auch noch die Pfannen versteckt. Einmal. Und das war's.